Wir stellen das Trophäenbreck mit der renovativen Befestigung auf der Märkten Leder von Apropolis vor. Das Breck ist aus der Literatur in Holster gestellt. Die originelle Entwicklung Westzug, die Anwandzart der Trophäe auf 100% beibehalten. Die Montage und die Demontage nehmen nicht mehr als 30 Sekunden an. Wie der Jäger, wenn er das Präck im Geschäft kauft, hat die Möglichkeit selbstständig, ohne Hilfe des Masters oder der Instrumenten eigene Trophäe aufstellen. Das Leder der speziellen Bearbeitung weitet sich nicht aus, es halt die Festigkeit zu versteigen. Das neu präsentierte System ist lächelnder aus Nutzung. Die Trophäe kann man für die Abmessungen und das Abwiegen abnehmen und rückwärts übergreifen. Das elastische Leder wird es nicht beschädigen. Der Satz der Etikette, die das Jäger heute für Trophäe bezeichnet, wird zum Erzeugnis beigetragen. Das Detail der Befestigung ist auch durchmessend hergestellt. Für Demonstrationen wie Pettis haben wir die Attrape verwendet. Man kann uns das Zähne des Tiefschweins im Set kaufen und den Bränd ganz haltig zu sehen oder wie das Geschenk zu benutzen.